Rifoul Gabi war die erste große Abtei der Zisterzienser in England. Die Ruine der Abtei liegt in der Nähe von Helmsley in North Yorkshire. Geschichte Die Abtei wurde 1132 von zwölf Mönchen des Klosters Clairvaux als Missionszentrum für die Kolonisierung von Nordengland und Schottland gegründet und wuchs innerhalb kurzer Zeit zu einer der größten in Yorkshire. Die sich mit Fountains Abbey messen konnte lebten dort schon über 300 Ordensmänner. Besonders unter dem Abt Elred von Rifoul wuchs die Zahl sehr stark an. Bei seinem Tod waren es ca. 650 Chormönche und Brüder. Die Abtei liegt in einem bewaldeten Tal in der Nähe des Flusses Rai. Um genügend flaches Bauland zu haben, wurde der Fluss im 12. Jahrhundert dreimal umgeleitet. Die Mönche verstanden es auch ihre Abtei wirtschaftlich zu nutzen. Blei und Eisen wurden abgebaut und die hier produzierte Schafwolle nach ganz Europa verkauft. Mit 24 Quadratkilometer Landbesitz, 140 Mönchen und noch mehr Leinbrüdern wurde die Abtei zu einer mächtigen Institution. Trotzdem hatte Rifoul am Ende des 13. Jahrhunderts hohe Schulden, zum einen infolge der intensiven Bautätigkeiten. Zum anderen nach dem Verlust vieler Schafe wegen einer Epidemie im 14. Jahrhundert kam es außerdem zu Raubüberfällen. Die Aufnahme neuer Leinbrüder wurde schwieriger, nachdem die Bevölkerung stark von der Pest dezimiert wurde. Schließlich blieb den Mönchen nur die Möglichkeit, ihr Land zu verpachten. 1381 gab es nur noch 14 Mönche und drei Laienmönche sowie den Abt. Als Folge davon wurden einige Gebäude verkleinert. Die Abtei wurde 1538 von König Heinrich VIII. aufgelöst. Damals gab es noch 72 Gebäude für 21 Mönche, den Abt und 102 Diener. Die Abtei wurde 1538 von König Heinrich VIII.